Ja, das nächste Lied handelt auch, meine Fügelchen, heißt, manchmal würde man eben gerne auch so fliegen, immer höher, immer höher und schön singen. Und die Gute Nacht dieses Jahr, laut der Yoga-Philosophie, können wir ja in unserem Astralkörper fliegen. Jede Nacht fliegen wir in unserem Astralkörper durch märchenhafte Welten. Jede Nacht 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 Amen. Amen.